Hallo und herzlich willkommen zu meinem YouTube-Channel SP Immobilien in Alanya. Ich zeige euch heute eine Drei-Zimmer-Wohnung direkt in der Nähe von der Stadt. Wir sind hier im Gebiet Ober. Hier bekommen Sie auch ICAMET. Hier können Sie auch ganze Jahr über hier auch bleiben. ICAMET heißt ja Aufenthaltsgenehmigung. Wir gehen direkt ins Schlafzimmer rein. Es ist eine 100 Quadratmeter Wohnung mit Meer und Bergblick. Und hier hinten aus haben Sie einen wunderschönen Bergblick. Und so wie Sie auch erkennen können, wir sind direkt in der Stadt. Direkt. Das heißt, Sie bräuchten keine PKW. Es reicht schon, wenn Sie ein Fahrrad haben oder so einen Roller. Ja, reicht vollkommen. Hier haben wir den zweiten Schlafzimmer. Wir haben hier einen kleinen Schrank. Hier gehört noch ein Bett rein. Es wurde auch komplett neu saniert. Boden ist neu, Badezimmer, die Fliesen sind komplett neu. Wir haben hier eine separate Küche. Wir haben hier einen verglasten Balkon. Das zeigen wir auch mal ganz kurz. Zum Schluss nenne ich auch den Preis unserer Badezimmer. Ich sage ja, das ist komplett neu saniert. Wir haben unsere Warmwasserbeule hier in diesem Schrank schön versteckt. So schaut es hier aus. Neuer Waschbecken. Neue Waschmaschine. Was noch hier natürlich rein gehört, ist eine Duschkabine. Hier ist das Flubereich. Hier ist das Wohnbereich. Schön. Auch die ganzen Holzverkleidung hier. Von hier haben Sie auch Meerblick. Wie Sie auch erkennen können. Von hier bis zum Strand sind es ungefähr 400 Meter. Ich verstecke es nicht. Ich bin auch ganz transparent. Das hier und das da oben wird noch saniert bzw. repariert. Oben war Wasserschaden. Ist hier nach unten durchgedrungen. Oben haben Sie schon alles frisch isoliert und auch verspachten. Jetzt muss es nur hier unten gemacht werden. Wir haben hier unsere separate Küche. Hier gehört noch eine Tür hinzu. Wir haben auch schöne Wandwiesen. Alle Küchenschränke sind komplett neu. Unsere Waschbecken. Waschbecken ist komplett neu. Wir haben hier auch einen kleinen Stauplatz. Neuer Artchilik. Kühlschrank. So schaut es hier aus. Also, ich gebe euch mal die Eckdaten durch. Wir sind direkt in der Stadt in Oba. Also von hier bis zum Strand sind es 400 Meter. Das ist der Chliopatra Beach auf der rechten Seite ungefähr nach Kilometern. 100 Quadratmeter. Baujahr 2003-2004. 2 plus 1 mit separat Küche. Wir haben hier auch noch ein Badezimmer. Neu saniert. Und der Preis für diese... Übrigens, wir sind auf der sechsten Etage. Wir haben Aufzug und wir haben auch Außenpoolbereich. Parkplatz und Parkmöglichkeiten gibt es hier auch. Jetzt komme ich zu dem Preis. Der Preis für diese Wohnung beträgt 119.000 Euro. Wer Interesse hat, kann sich bei mir melden. Auch die schnelle Firma einen Termin vereinbaren und die Wohnung zeigen, bevor jemand anderes schnappt. Also, viel Spaß mit meinem Video. Bis dann.